Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Insurgents, was auch sonst. Ja, sieht man da an dem Dragoran, das hinter mir herfliegt. Das ist so cool, ich wünschte, das wäre in jedem Pokémon-Spiel so, dass das Pokémon hinter einem her ist. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht mehr machen. Das ist so doof, das war so cool. Deswegen hatte ich mir vor allem die Spiele damals gekauft, dieses Hard... Was hatte ich? Hardgold oder Soulsilver? Ich weiß es nicht. Eins von beiden hatte ich jedenfalls, als erstes. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Ich habe es mir jedenfalls nur gekauft. Oh, da unten ist das Versteck, weil das Pokémon hinter einem her gelaufen ist und ich das so cool fand. So cool. Und jetzt kann ich es wieder haben in Insurgents, aber nur. So. Und jetzt wäre es das... Was machst du da? Was für ein seltsamer Ort, um da seinen Arbeitsplatz hinzutun. Okay, ich denke, ich weiß, wo ich hin muss. Ins Pokémon Center. Das war... Da, da, da. Wie komme ich denn nachher da runter? Warum muss das immer kompliziert sein? Ja, ja. Wie immer. Dankeschön. Machst einen guten Job. Ja. Tschüss. So, dann schaue ich mir mal an, wie ich da hinten runterkomme. Ah, ich bin schon unten. Wenn ist denn das passiert? Ich bin doch nirgends runtergelaufen. Ach doch, ich bin hier Treppen runtergelaufen. Äh, ich glaube, ich leide an Demenz. Ein bisschen. Okay. Hallo? Okay. Ähm, ich habe deinen Auftrag erledigt. Ich, äh, will damit nichts zu tun haben, mit diesem unheimlichen Kult-Zeug. Ähm, eine Million Poké-Toller wurden an deinen Poké-Bank-Account geschickt. So viel versprochen. Ähm, das war's. Ähm, jetzt zeige mir den Anzug, für den ich gezahlt habe. Sehr gut. Sehr, natürlich. Sehr gut. Oh, cool. Die, äh, Rüstung ist genau nach deinen Wünschen gefertigt worden. Sie wird die, äh, was? Das ist eine Rüstung für Pokémon. Aha, was passiert hier noch alles? Sie wird die Verteidigungswerte deiner, äh, des Pokémons stärken, die sie... Das ist, das ist wert. Ja. Das ist, trägt. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Das einzige Pokémon, das da reinpasst, ist... Nun ja, Zekrom. Oh, nein. Harmonie hat mir erzählt, dass ihr... Äh, dass ihr Kyokrit damals hattet in der... Von der Sonnen berührten Stadt-Arena. Glaubt ihr... Ich würde euch... Äh, glaubt ihr wirklich... Ich würde euch glauben, dass ihr auch Zekrom habt? Es ist mir wirklich egal, ob du das glaubst. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Gute Arbeit. Die Rüstung sieht sehr gut aus. Unglaublich. Ich habe Geschichten über Zekrom gehört, aber... Ich hätte es nie geglaubt. Wie kann es sein, dass ihr zwei... Dass du zwei legendäre Pokémon hast? Die meisten Menschen zählen nicht mal eins in ihrem Leben. Meisterbälle. Ganz, ganz viele Meisterbälle. Ah, cool. Warum hat der mehr Meisterbälle? Ich bekomme immer nur einen. Das ist ganz schön gemein. Ähm... Ich versuche nicht, sie zu überreden, uns beizutreten. Hast du gesehen, wie die anderen Kulte das anstellen? Die fragen sie einfach, ob sie mitmachen wollen. Kein Wunder, dass sie nicht erfolgreich sind. Ähm... Das ist doch klar. Ein starker Pokéball ist viel effektiver, als sowas zu veranstalten. Egal. Es sieht aus, als würde es gut passen. Ähm... Hast du auch die anderen Rüstungen, die wir in Auftrag gegeben haben? Äh... Ich... Ja. Anastasia, hey! Orion, Miri, was tut ihr zwei hier? Ich stand schon die ganze Zeit hier, der andere ist gerade gekommen. Wie ist halt die hereingekommen? Ich bin nur durch die Tür gegangen. Sie waren nicht beschützt, oder sowas. Oh. Warum bist du hier? Solltest du nicht bei deiner Arena sein? Ähm... Ich kam her, weil ein Freund mir gesagt hat, der... Dein Freund? Du meinst Reshiram, oder? Du schon wieder! Bleib von mir weg! Von mir und meinem Freund weg! Ähm... Ich weiß nicht, was du willst, aber du wirst keine Hand an ihn legen. Ach, das ist wirklich süß. Wie... 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 Mutig ihr Kinder seid! Es gefällt mir, dass ihr gekommen seid. Das... Hab ich weggeklickt. Ups. Ähm... Macht euch bereit, Kinder! Ähm... Für den Titan der Unova-Region. Zekrum, der Drache der Idee... Ideale. Ähm... Er trägt jetzt eine schützende Rüstung. Und ist stärker und... Und stärker... Und tougher als jemals zuvor. Eine perfekte Fusion aus Pokémon und Maschinen. Ach, jetzt fusionieren wir auch schon Pokémon und Maschinen. Zekrum... Zekrum... Ist dir beigetreten? Warum würde es... Ähm... Jemandem wie dir... Helfen wollen? Das wollte es nicht. Ich hab es gefangen. Es ist wirklich einfach, ein Pokémon... Äh... Zu überzeugen, wenn du es einmal gezähmt hast. Du bist ein Monster. Dann... Warum versuchst du nicht, mich zu stoppen? Wie wär's? Ähm... Ein Kampf zwischen uns beiden. Ein Kampf zwischen Drachen. Der Gewinner... Gewinnt alles. Was? Ähm... Außer natürlich... Dir ist es egal, was mit Zekrum passiert. Es ist mir nicht egal, aber... Du hast ein... Ein... Handy nicht vibrieren. Du hast eine Rüstung. Das ist nicht fair. Ich denke nicht. Hm... Naja... Das ist eine Enttäuschung. Ich werde dann jetzt gehen. Nein, ich werde es tun. Rishiram, komm! Ähm... Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber ich werde... Das nicht alles zulassen. Was? Hast du das gerade wirklich gesagt? Nun gut, Zekrum. Zerstör diesen Wurm. Rishiram Attacke! Rishiram hat gar keine Chance. Okay. Guter Kampf. Wir... Wir machen gar keinen Schaden. Zekrum, das wird langweilig. Beende es. Rishiram! Nein, alles gut. Nun ja, der... Gewinner bekommt alles. Oh, schön. Sieht so aus, als würde ein... Ähm... Ein legendäres Pokémon mit Rüstung einst ohne Rüstung besiegen. Das zeigt sehr gut, wie stark diese Rüstung ist, wenn du mich fragst. Möchtest du die Theorie testen, Miri? Denkst du, du kannst die perfekte Kombination aus Wissenschaft und Mythos besiegen? Komm schon, ich möchte Rache für das, was damals in Helio City passiert ist. Äh... Okay, gut, dass ich hier eine Wasserattacke drauf hab. Okay, das ist ganz schön stark. Und das setzt natürlich Inferno ein. Nein, natürlich bin ich verbrannt. Och. Das gibt's doch nicht. Jetzt mach ich natürlich gar keinen Schaden mehr. Äh... Das ist doch kacke. Wie kann man denn... Inferno hat doch keine hundertprozentige... Hier, ich hab ein Burnheel. Hundertprozentige Verbrennungschance, oder? So. Was ist das schon wieder? Ah. Wenn ich jetzt schon wieder verbrannt bin. Ich hätte mir vielleicht... Äh... Nachschub an Tränken kaufen sollen. Das wird nämlich jetzt gar nicht so super. Okay. Das macht zum Glück nicht ganz so viel Schaden. Flambo. Das hat schon mehr Schaden gemacht. Oh! Du kackdreckst Ding! Das gibt's doch nicht. Ja, dann stirb halt in deiner Verbrennung. Mir doch egal. Also, wenn man sich zweimal hintereinander verbrennen lässt, ne? Ach, schön. Jetzt ist es halt auch noch... Ist auch noch schneller. Ah. Ja, ganz ehrlich. Wenn man sich zweimal hintereinander verbrennen lässt... Dann ist das nicht... Meine Schuld. Ehrlich. Einmal geheilt, aber... Ganz sicher kein zweites Mal. Hm. So. Ach. Das hat ja gar nicht mehr so viel. Vielleicht hätte ich das mit einem Ruck-Zuck-Heep-Down bekommen von Nachthara. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh. Ja, schön. Mach dich nur noch schneller. Tschüss. Zweimal verbrannt. Ehrlich. Ehrlich. Bei mir hat noch nie ein Flammenwurf was verbrannt. Mann. Oh, sogar ein Level-Up. Oh, das wird XP gegeben. Pupita. Äh. Da wechsle ich mal nicht. So. Schön mit Wasser draufhalten. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Au. Das war auch nicht schlecht. Ups. Okay. Tschüss. Gut, dass die pinke Quale so viel aushält. Äh. Grumpy. Nein. Und warte, ist das Psycho? Hm. Ja, es ist. Stimmt. Ups. Äh. Psycho. Da hätte ich lieber auswechseln sollen. Hier, du brauchst XP. Ich habe ja schließlich zwei Unlicht-Pokémon. Da ist das nicht schlecht. Also. Boah, nicht mal die Hälfte. Bitte, das darf nicht zu viel Schaden machen. Danke. Äh. Warum muss ich denn immer solche Kämpfe machen? Warum warnt mich denn keiner davor, dass sowas passiert? Oh, es ist zurückgeschreckt. Yay. Ich darf mich nicht freuen. Gleich passiert irgendwas ganz fürchterliches schon wieder. Ich sehe schon. Und Level Up. Und als nächstes kommt... Was ist denn das für ein Pokémon? Was ist denn das für ein Name? Ach so. Oh nein, das... Okay. Interessant. Harus hat dich getroffen. Äh. Okay. Oh, die Verbrennung hilft mir jetzt natürlich. Okay. Das macht auch nicht so viel Schaden. Zum Glück. Ob die Verbrennung reicht? Ich befürchte nicht. Oh, doch. Ha. Ich dachte schon, das überlebt jetzt mit einem Kappel. Und Megane. Ein Feuer-Pokémon. Habe ich noch was lebt? Ist das nicht schön? Hallo. Äh. Nicht verbrennen. Machen wir erst mal Flammenwurf und gucken, wie viel es so aushält. Dass der jetzt keine Mega-Entwicklung darauf einsetzt. Ich wette, in Insurgents gibt es nämlich eine Mega-Entwicklung für Megane. Äh. Ja, ich... Natürlich! Es überlebt mit einem Kappel und paralysiert mich dann. Und jetzt hau es auch noch so ein Lichtschild raus. Super. Aha. Natürlich passiert sowas. Ich meine, warum sollte es jetzt laufen? Klasse. Level up. Und es spürt auch. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich verbrenne es dann mal. Nein, das hat keine Mega-Entwicklung. Oh man. Was ist denn damit passiert? Es hat Arme bekommen. Und warum ist es so viel schneller? Okay, ich bin paralysiert. Das erklärt das. Okay. Dann paralysieren wir es. Ach, okay, schön. Oh nein, warte. Das war nicht der... Schade, der falsche Effekt hat nachgelassen. Ich dachte, das wäre der andere, aber egal. Was hast du Böses vor? Okay, es boostet sich. Super. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Hat das mich gerade... Was? Warum hat das auch seinen Spezialangriff hochbekommen? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay. Okay, deswegen habe ich vielleicht so wenig Schaden gemacht. Ja. Okay, es boostet sich nur. Es boostet sich nur. Wir bekommen das down. Komm schon. Ja. Okay. Das war dann doch schon gefährlich, das Ding. Das hat echt mega Schaden gemacht. Das ist echt krass. Gut, dass ich es paralysiert habe. Luna erkennen. Was ist denn das? Solarstrahl? Nein. Was ist denn das? Ach, okay. Das sind ja zwei Rundenattacke. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Das hat eine Stärke dann von 150. Während wenn ich das hier zwei Runden hintereinander einsetze, ich immer noch mehr Schaden mache. Also behalte ich das. Dark Puls. Ja. Zwei Rundenattacken sind immer so eine Sache. Hm. Ich mag die irgendwie nicht. Die Rüstung sieht immer noch ein paar... Äh, hat wohl immer noch ein paar... Äh, Fehler. Sie zeigt Potenzial, aber ist definitiv noch nicht fertig. Orion ist dein Name, oder? Möchtest du Rejiram zurück? Dann besuche mich bei den Drachenruinen bei Selene City. Da werde ich sein. Menschheit und Pokémon sind zwei Seiten derselben Münze. Jede kann besondere Sachen, die die anderen nicht kann. Wenn wir unsere Talente kombinieren, Menschen und Pokémon, Perfektion, Perfektion könnte endlich erreicht werden. Okay. Entschuldigung, aber was? Wie soll ich denn das übersetzen? Keine Ahnung. Ähm, was ein Idiot. Das ist das... Die verrückteste Sache, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Selene City. Anastasia, ist die Ruine nicht... Ähm... Die... Ist die Ruine bei Selene City nicht total gesperrt? Orion, du denkst doch nicht wirklich darüber nach. Ich muss Anastasia. Ich muss Rejiram finden. Er war mein Freund, bevor ich überhaupt wusste, dass er ein Pokémon war. Ja, da war er nur ein Stein. Ähm... Es hat mich unterstützt, selbst als die ganze Stadt gegen mich war. Du legst falsch, wenn du denkst, dass ich ihn zurücklassen würde. Tschüss. Nun, heute war ganz schön viel Action. Hör zu, Miri. Ähm... Urteile nicht über mich wegen dem Rüstungsding. Ich wusste nicht, dass er ein Kultist war bis heute. Ich habe ihn davor nie gesehen. Und... Ähm... Wenn es irgendwie hilft. Ich habe ein paar Prototypen dieser Armour... Äh, dieser Rüstung. Sie sind nicht perfekt, aber... Ähm... Sie werden ihre Arbeit tun. Sag mir Bescheid, wenn du Interesse hast. Was? Wo ist sie jetzt hin? Ja, ich will die Rüstung. Warum hat sie sich darüber teleportiert? Was ist das? Ein Defunct Stone. Okay. So, aber... Ich würde sagen, wir beenden diesen ereignisreichen Part hier. Äh, wenn es euch gefallen hat, kommt morgen wieder vorbei, wie es mit dieser total wirren Story weitergeht. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Böw das auch.